Oh, guck mal, da kann man ein Privatkonzert gewinnen im eigenen Garten mit Martin Förster. Oh, das wäre Herrn Emmas Geburtstag. Das wäre eine super Überraschung. Ja, ich glaube, da machen wir mit. Da haben wir gute Chancen. Ja, das ist gut. Oh, Philipp, was ist los? Musik zu laut. Ich mache aus. Hallo, hier ist die Familie Kanzi. Ja, wir wollen uns anmelden für das Gewinnspiel für Martin Förster. Genau. Ja, wir haben einen großen Garten. Okay, Dankeschön. Musik 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 Geh du mal dran. Musik Hallo? Ja, hier ist Familie Kanzi. Ja, genau. Oh, was? Oh, ja, ehrlich. Das ist ja klasse. Super. Ja, also sie melden sich da nochmal wegen allen Details. Das ist toll. Dankeschön. Wieso kippst du vom Stuhl? Was ist bei dir los? Wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Wo, im Lotto? Nein, noch besser. Ein Privatkonzert mit Martin Förster. Was? Martin Förster? In unserem Garten. Psst, das darf immer nicht erfahren. Psst, alle leise sein. Mama, wo ist denn die überhaupt immer? Ich glaube, die ist auf Toilette. Oh, das ist ja super. Ich freue mich. Hallo, hier spricht der Kapitän aus dem Cockpit. Wir sind bereit zur Landung. In 10 Minuten landen wir in Play City. Martin, Förster, hier. Schauen Sie bitte hier. Ich will ein Autogramm, ein Autogramm. Hier, Kinder vor, Kinder vor. Martin, schau mal mal. Nein, na woher. Martin. Bitte ein Foto, bitte, bitte, bitte. Hallo, Herr Förster. Ah, sind Sie Herr Kanzi? Ja, genau. Wir haben ja bei dem Gewinnspiel mitgemacht und gewonnen. Kommen Sie mit. Ich bringe Sie zu unserem Haus. Dann können wir alles Weitere besprechen. Schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns. Herr Kanzi, den Transport habe ich mir aber anders vorgestellt. Das ist eine ganz schön holprige Reise. Tja, Herr Förster, so ist das bei uns auf dem Land. Be Israeli. Beih typisch eachert! Beihיטiert! Beih largest Spektale Beih organizational Beihitiert! Beihilich! 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 Das ist der coolste Geburtstag, den ich je hatte. Das ist eine tolle Überraschung gewesen. Und jetzt alle. Ja, Martin. Martin, fester. Hallo zusammen.